Hallo, ich bin die alte gebrechliche Zelle und in diesem Video verrate ich euch etwas Wissenswertes, was euch die Mitose und die Maiose erleichtern wird. Voraussetzung für dieses Video ist das Video NC Mitose Maiose, lange Version. Los geht's! Erstens, das C vom NC Prinzip, das 1C 1chromatid pro Chromosom eines haploiden Chromosomensatz und 2C entweder 2chromatiden pro Chromosom eines haploiden Chromosomensatz oder 1chromatid pro Chromosom eines diploiden Chromosomensatz ist, wissen wir. Auch, dass wenn wir einen diploiden 2chromatid Chromosomensatz haben wollen, es sich um 4C handelt. Aber was ist mit 3C? Ich erkläre es euch anhand eines Beispiels. 1N3C, ist das genauso eine Falle wie 2N1C und kann gar nicht existieren? Nein, 1N3C könnte existieren. Das 1N sagt aus, dass es sich um einen haploiden Chromosomensatz handelt, dessen Chromosomen aus 3chromatiden bestehen. Also 3chromatid Chromosomen. Gibt es die überhaupt? In der Regel gibt es die nicht. Aber durch Mutation kann so einiges entstehen, womit man nie rechnen würde. Meist hat das schwerwiegende Folgen für den Organismus. Das 1N für einen haploiden Chromosomensatz und das 2N für einen diploiden Chromosomensatz steht, wissen wir bereits. Aber was ist mit 3N? Wenn es sich um 3N handelt, dann sprechen wir von einem triploiden Chromosomensatz. Und 4N steht für einen tetraploiden Chromosomensatz und 5N für einen pentaploiden Chromosomensatz. Das geht dann immer so weiter. Ein gesunder menschlicher Zellkern weist einen diploiden Chromosomensatz auf, beziehungsweise einen haploiden, wenn es sich um Keimzellen handelt. Ein triploider, tetraploider, pentaploider Chromosomensatz und so weiter würde wie das 3C als Mutation angesehen werden. Wichtig! Im Tierreich und im Pflanzenreich ist ein triploider Chromosomensatz nicht ungewöhnlich. Beispielsweise enthält der gewöhnliche Löwenzahn einen triploiden Chromosomensatz. Somit wäre 3N3C ein ganz normaler triploider 1-Chromatid-Chromosomensatz und keine Mutation. Drittens! Das NC-Prinzip und seine Verwendung. Wie ihr bereits wisst, wendet man dieses Prinzip an, um nicht die ganzen Chromosomen zeichnen zu müssen, wenn man Prozesse wie die Mitose oder die Mayose erklären möchte. Aber das NC-Prinzip bietet einen weiteren Vorteil. Schaut mal hier! Dieser kleine Hund, der den Tennisball haben möchte, hat in seinen Zellkernen ganze 78 Chromosomen. Das ist sein diploider Chromosomensatz. Auch diese Anzahl an Chromosomen wird von dem NC-Prinzip abgedeckt. Denn N steht für einen Chromosomensatz und C steht für die Chromatiden pro Chromosom von einem einfachen bzw. haploiden Chromosomensatz. Somit steht beispielsweise 1N2C bei einem Hundezellkern für 39 2-Chromatid-Chromosomen oder 2N2C für 78 1-Chromatid-Chromosomen. Ja, dieses NC-Prinzip ist schon ein echter Knöner, oder? Mit diesem Prinzip muss man nämlich nicht wissen, wie viele Chromosomen einen diploiden Chromosomensatz bilden bei den verschiedenen Lebewesen. Nein! Du musst einfach nur N und C daneben schreiben und du kannst mehrere Zellteilungen von unterschiedlichen Lebewesen in einer Abbildung darstellen. Ja, Mann, oh Mann, oh Mann, wem erzähle ich das hier eigentlich? Ein Mitochondium, das da ganz allein im Klassenraum sitzt. Viertens, die gebrechliche NC-Formel. Wie kann man sich dieses NC-Prinzip merken? N ist ja leicht, denn N steht für den Chromosomensatz. Aber C ist ein fieser Typ, denn der steht für die Chromatiden pro Chromosom eines einfachen bzw. haploiden Chromosomensatzes. Durch die gebrechliche NC-Formel machen wir uns es einfacher. Und zwar, indem wir die Buchstaben nicht einzeln betrachten, sondern zusammen. Wenn wir N und C nebeneinander stehen haben und eine kleine gebrechliche Formel mit einbringen, dann steht C, wenn es sich innerhalb der Klammern befindet, plötzlich nur noch für Chromatiden. Hinweis! Die Formel ist leicht zu merken und auch leicht zu verstehen, aber sie ist schwer zu erklären. Deshalb könnt ihr jederzeit überspringen, wenn ihr keinen Bock mehr auf die Formel haben solltet. Aber ich kann sie euch nur empfehlen. Vor allem dann, wenn es nicht in den Kopf reingeht, dass C für die Chromatiden pro Chromosom eines einfachen bzw. haploiden Chromosomensatzes steht. Okay, fangen wir an. Ich erkläre sie euch an unseren bekannten Varianten von N und C. Also an 1N1C, 1N2C, 2N2C und 2N4C. Wenn wir 1N haben, dann ist X gleich 1. Und wenn wir 2N haben, dann ist X gleich 2. Denn X ist eine Variable und steht innerhalb der Formel für das Gleiche. Gut, jetzt geht es mathematisch weiter. Das in den Klammern wird zuerst gerechnet. Wenn man etwas durch 1 teilt, ändert sich nichts. Also 1N1C durch 1 ist gleich 1N1C bzw. 1N2C durch 1 ist gleich 1N2C. Wenn man etwas durch 2 teilt, dann halbiert sich das Ganze. Also 2N2C durch 2 ist gleich 1N1C bzw. 2N4C durch 2 ist gleich 1N2C. Und genau jetzt haben wir es geschafft. Das N steht wie gehabt für den Chromosomensatz und das C steht nur noch für die Chromatiden. Schreiben wir nun die Chromosomensätze und die Chromatiden unter die Ergebnisse. Die beiden 1N1C stehen für einen haploiden 1-Kromatid-Chromosomensatz. Die beiden 1N2C stehen für einen haploiden 2-Kromatid-Chromosomensatz. Zur Verdeutlichung passen wir nun die gezeichneten Chromatid-Chromosomen darauf an. Bei den beiden haploiden 1-Kromatid-Chromosomen, also bei den beiden 1N1C, sind es 1-Kromatid-Chromosomen. Bei den beiden haploiden 2-Kromatid-Chromosomen, also bei den beiden 1N2C, sind es 2-Kromatid-Chromosomen. Auch hier bitte nicht die Klammern und die Zahlen außerhalb der Klammern vergessen. Sieht doch schon schick aus, oder? Nun lösen wir nur noch die Ergebnisse auf. In Klammern 1N1C mal 1 ist gleich 1N1C. Und ein haploider 1-Kromatid-Chromosomen-Satz mal 1 ist ein haploider 1-Kromatid-Chromosomen-Satz. In Klammern 1N2C mal 1 ist gleich 1N2C. Und ein haploider 2-Kromatid-Chromosomen-Satz mal 1 ist ein haploider 2-Kromatid-Chromosomen-Satz. In Klammern 1N1C mal 2 ist gleich 2N2C und ein haploider 1-Kromatid-Chromosomensatz mal 2 sind 2 haploider 1-Kromatid-Chromosomensätze bzw. ein diploider 1-Kromatid-Chromosomensatz. Zu guter Letzt in Klammern 1N2C mal 2 ist gleich 2N4C und ein haploider 2-Kromatid-Chromosomensatz mal 2 sind 2 haploide 2-Kromatid-Chromosomensätze bzw. ein diploider 2-Kromatid-Chromosomensatz. Wichtig! Da das C sich nun nicht mehr innerhalb der Klammern befindet, steht es wieder für Komatiden pro Komosom eines einfachen bzw. haploiden Komosomensatz. Lasst uns nun noch die gezeichneten Komosomen entklammern. Ein 1-Komatid-Komosom mal 1 ist ein 1-Komatid-Komosom. Ein 2-Komatid-Komosom mal 1 ist ein 2-Komatid-Komosom. Ein 1-Komatid-Komosom mal 2 sind 2 1-Komatid-Komosomen. Und ein 2-Komatid-Komosom mal 2 sind 2 2-Komatid-Komosomen. Ist ja irre! Das Ergebnis ist richtig! Mir kam die Idee am 13. Dezember 2015, so gegen 22.30 Uhr. Wie ihr seht, kann man durch die gebrechliche NC-Formel das NC-Prinzip vereinfachen, so dass N für einen Chromosomensatz und C, wenn es sich innerhalb der Klammern befindet, für Komatiden steht. Außerdem kann man damit das Verhältnis der gezeichneten Chromosomen zu dem NC-Prinzip bestimmen, falls man das Verhältnis mal vergisst. Damit meine ich, wenn 1N1C wie hier im Beispiel 1 1-Komatid-Komosomen ist, dann könnt ihr durch die gebrechliche NC-Formel ermitteln, dass 2N4C 2 2-Komatid-Komosomen sein müssen. Selbst wenn ihr bei 1N1C 2 1-Komatid-Komosomen zeichnet, ermittet ihr durch die gebrechliche NC-Formel, dass 2N4C dann für 4 2-Komatid-Komosomen steht. Ihr müsst selber wissen, ob ihr die gebrechliche NC-Formel nützlich findet. Also ich finde sie nützlich, denn so muss man im Grunde genommen nicht verstehen, was damit gemeint ist, dass C für die Kromatiden pro Chromosom von einem einfachen bzw. haploiden Chromosomensatz steht. Die Formel stammt aus dem Schädel der alten gebrechlichen Zelle von Geomovie, also aus meinem Schädel. Ich habe sie mir sogar als Tattoo gestochen. Das war die erste Version der gebrechlichen NC-Formel. Inzwischen habe ich sie ja verfeinert. Naja, ich hoffe, dass euch die gebrechliche NC-Formel hilft. 5. Die Zellen bei der Mitose und der Meiose Bei der Mitose handelt es sich um Zellen der Soma, auch somatische Zellen genannt. Nur zur Information, Zellen der Soma sind die Körperzellen und Körperzellen sind genetisch identisch. Somit bilden sich bei der Mitose aus der somatischen Mutterzelle zwei somatische Tochterzellen und durch die DNA-Replikation sind diese Tochterzellen wieder in der Lage, sich erneut durch Mitose zu teilen. Bei der Meiose handelt es sich um Zellen der Keimbahn, auch Keimzellen genannt. Nur zur Information, Zellen der Keimbahn sind die Geschlechtszellen und von den Geschlechtszellen gibt es zwei verschiedene Arten. Einmal die Urkeimzellen, auch Gonozyten genannt, diese sind mit den Körperzellen genetisch identisch. Und einmal die Keimzellen, auch Gameten genannt, diese sind genetisch unterschiedlich. Bei der Meiose bilden sich aus der Mutterzelle, welche eine Urkeimzelle bzw. eine Gonozyte ist, durch die erste Reifeteilung zwei unausgereifte Keimzellen, die durch die darauf folgende zweite Reifeteilung vier ausgereifte Keimzellen bzw. Gameten werden. Die somatischen Zellen sind diploid und die Keimzellen sind alle bis auf die Urkeimzelle haploid. Sobald zwei haploide Keimzellen miteinander verschmelzen, bildet sich eine diploide Zygote. Durch die DNA-Replikation ist die Zygote fähig, Mitose zu betreiben. Sie ist sozusagen eine Superzelle, denn aus ihr entstehen durch die Mitose alle Zellen, die unser Körper besitzt. Von den ganz normalen Körperzellen über Nervenzellen und Muskelzellen bis hin zu den Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen. 6. Der Mitose- und Meiosezyklus Es gibt nur den Mitosezyklus. Ein Meiosezyklus ist nicht vorhanden. Bevor die mitotische als auch die maiotische Zellteilung startet, befinden sich die Zellen in einer Interphase. Beide Zellen besitzen momentan 2N2C. Während der Interphase wird unter anderem das Erbgut mittels DNA-Replikation verdoppelt. Somit wird aus den 2N2C 2N4C. Nun sind die Zellen bereit für die Zellteilungen. Bei der mitotischen Zellteilung wird aus dem 2N4C wieder 2N2C, womit sich die entstandenen Zellen, die genetisch identisch sind, wieder in der Interphase befinden. Durch eine DNA-Replikation werden sie auf eine erneute Zellteilung vorbereitet. Somit ist der Mitosezyklus vorhanden, denn er kann sich immer wiederholen. Bei der maiotischen Zellteilung wird durch die erste Reifeteilung aus dem 2N4C 1N2C. Nach einer kurzen Interphase, wo keine DNA-Replikation stattfindet, wird aus dem 1N2C durch die zweite Reifeteilung 1N1C. Nach der zweiten Reifeteilung ist die Mejose vorbei und das 2N2C vom Anfang wird nicht wiederhergestellt. Zudem sind die entstandenen Zellen alle genetisch unterschiedlich, was zur Folge hat, dass auch eine DNA-Replikation die ursprünglichen genetischen Informationen nicht wiederherstellen könnte. Aus dem Grund ist kein Mejosezyklus vorhanden. Denn dort ist nichts zum Wiederholen. 7. DNA-Replikation und Chromosomen-Replikation Es kann sein, je nachdem wie alt und gebrechlich euer Lehrer oder eure Lehrerin ist, dass ihr mal das Wort Chromosomen-Replikation oder Chromosomen-Replizieren hört. Damit ist die DNA-Replikation gemeint. DNA-Replikation oder Chromosomen-Replikation ist genau dasselbe. Das Erbgut wird repliziert bzw. verdoppelt. Das waren meiner Meinung nach wissenswerte Fakten über das NC-Prinzip und Informationen, die euch die Mitose und Mejose weiter erleichtern. Falls nun noch Fragen auftauchen sollten, dann poste einen Kommentar mit Hashtag HilfmeGeroMovie unter das Video. Ich werde dir schnellstmöglich helfen. Ich befinde mich derzeitig im Knast, weil ich einen Schüler verprügelt habe. Aber bei guter Führung bin ich wahrscheinlich in 50 Tagen hier raus. Und dann werde ich mich bei Bad Merase entschuldigen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in etwa 50 Tagen. Eure alte, gebrechliche Zelle. 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 Vielen Dank.